Hallo Freunde, ich bin es, der Kaiser. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem allerersten Fußball-Quiz. Und zwar können Sie mich ab sofort nennen Franz-Günter Becken-Jaucher. Das Quiz heißt, ich bin schon Millionär. Heute mit Penny Höwedes von Schalke 04 und Stefan Reinerts von Bayer 04 Leverkusen. Ja, also Regel ist relativ einfach, wenn ihr die Antwort wisst, dann auf den Buzzer hauen. Und wer zuerst fünf Punkte hat, hat gewonnen und bekommt den Preis. Auf geht's, seid ihr bereit? Yes. Du auch? Ja. Gut, erste Frage. Wie viele E´s, also vokale E´s, sind in dem Begriff DFB-Fußball-Nationalmannschaft? Ja. Keins. Keins. Ja, was sagst du? Ich hätte auch gesagt keins. Ja, aber er hat gebassert 1 zu 0 für Leverkusen gegen Schalke. Richtig. Zweite Frage. Wann wird Schalke 04 wieder deutscher Fußballmeister? Ja. Ich glaube gar nicht mehr. Ja, fast richtig. Und zwar dann, wenn Bayern Dortmund und Wolfsburg ein Sabbatjahr nehmen. Ja. Wobei, da haben wir immer noch Augsburg, Freiburg. Ja. Was hättest du jetzt gesagt? In den nächsten fünf Jahren. So. Das ist eine Aussage, aber der Punkt, ja gar kein Punkt. 1 zu 0 weiterhin für Leverkusen. Ja. Wie lautet der akademische Fachbegriff für einen im Chaos lebenden Allessammler? Der akademische Fachbegriff? Ja. Ähm. Messi. Messi. Ja. 2 zu 0 für Leverkusen gegen Schalke 04. So, jetzt aber. Was haben Lena Gerke und Benni Höwedes gemeinsam? Ja. Das Geburtsdatum. Richtig. Und jetzt sag mir mal, wann ist das, ja? Das war aber unfair, oder? Die Frage. Ich fand es sehr fair. Jetzt ist ja Leverkusen wieder am meckern, am Schiedsrichter am kritisieren, oder was? Zeig mir sofort, gell? Ja. Freunde. 2 zu 1. Es ist der 29. Februar. Ja. Feiert noch alle vier Jahre Geburtstag. Ja. Wer ist in der Fußballwelt hierarchisch gesehen vergleichbar mit dem Papst? Ja. Vergleichbar mit dem Papst hierarchisch gesehen in der Fußballwelt. Ja. Wen haben wir da? Ja. Falsche Antwort ist Punktabzug dann. Ja. Ja. Ab sofort. Ja, ja. Komm, Freunde. Wisst ihr nicht? Sepp im Platterteich wäre die richtige Antwort gewesen. Ist ungefähr auf Augenhöhe. Ja. Nennen Sie die korrekten Innenmasse eines Fußballtores. So, jetzt aber. Korrekten Innenmasse eines Fußballtores. Ja. Wisst ihr das? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch nachgeschaut. Also von alleine wusste ich es auch nicht. Ja. Ja. Ich versuche es mal. Ich glaube 732 und 244. Richtig. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, dass bei Champions League Spielen das Schalker Tor bedeutend größer erscheint. Ja. Ja. Nächste Frage. Ja. Was haben wir? 3-1 haben wir richtig. Unter welchem Bundestrainer wurde die deutsche Nationalmannschaft zuletzt Vize-Europameister? Ja. Joggle. Ja. Richtig. Ja. 3-2. Ja. Was ist denn los hier? Leverkusen am Mittelfeld. Ja. Also. Jetzt bin ich gespannt. Wegen welcher Geste wurde Stefan Effenbeck aus der Nationalelf geworfen? Ja. Da war Benni, glaube ich, ein Stückchen eher. Mit dem Finger zumindest. Ja. Mit dem Finger, ja. Der Mittelfinger. Ja. Wie hat es ausgeschaut? Ja. Zeig einmal. Ja. Da war er. Ja. Das ist er. 3-3. Kopf an Kopf, meine Damen und Herren. Ich bin schon Millionär. Ja. Welcher Fußballspieler wird auch der Herr der Ringe genannt, weil er so oft heiratet? Ja. Lodo Matthäus. Lodo Matthäus. Ja. Sicherlich 4-3 für den FC Schalke 04. Jetzt gehen wir auf die Zielgerade, Freunde. Hallo. Bei welchem Verein habe ich Franz Beckenbauer meine aktive Laufbahn beendet, Freunde? Ja. In New York, oder? In New York, oder? In New York. In New York, richtig. 4-4. Und jetzt kommt es drauf an. Und zwar die Frage, wer schoss bei der WM 2014 in Brasilien in der Verlängerung das lang herbeigesehnte 1-0 im Spiel Argentinien gegen die Schweiz? Ja, jetzt bin ich gespannt. Hat er zu früh gehauen, der Schalker. Mario Götze. Was nicht? Argentinien gegen die Schweiz. Ja, Freunde. Weißt du's? Weißt du's? Nö. Ja. Ja. Also, keiner weiß es. Es war in der 118. Minute. Angel Di Maria. Damit 4-4 zwischen Bayern 04, Leverkusen und Schalke 04. Das wär der Preis gewesen. Ja. Guck, schau einmal. Du darfst anfassen. Du darfst anfassen den Pokal. Du nicht. Ich auch. 4-4. Das war Ich bin schon Millionär mit Benni Hübertis und Stefan Reinertz. Toll. Danke, Männer. Matzeknobs neue Tournee Diagnose Dicke Hose. Mit dem Kult Kaiser, Kult Knopf und vielen mehr. Tickets, Tourdaten und alle Infos auf matzeknob.de